Hey zusammen, das hier ist jetzt mal ein anderes Video. Und zwar haben wir nämlich einen Lowman Raid gemacht. Sind also zu dritt in Ron reingegangen. Und das war eigentlich auch so eine ziemlich spontane Idee. Wir wussten halt nicht, was wir machen sollten. Und dann habe ich so aus Spaß gefragt, ja lass doch einfach einen Lowman machen. Und als Antwort kam einfach zurück, ja okay. Ja, dann habe ich gesagt, ich nehme das einfach mal auf, mal gucken. Natürlich lief es nicht flawless. Und vor allen Dingen, da ich das das erste Mal so gemacht habe. Und die anderen beiden ziemlich krass sind. Bin ich natürlich auch ein paar mal gestorben. Und wir mussten auch ein paar mal wipen. Weil wie gesagt, das war für mich eine neue Situation. Aber es hat ultra Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ich möchte sowas gerne öfters machen. Und ich habe euch jetzt einfach mal das ein bisschen zusammengeschnitten. Könnt ihr ja mal reingucken. Und wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Like und ein Abo da. Die 3000 Abos sind noch nicht mehr so weit entfernt. Und lasst mir auch gerne euer Feedback dazu, was ihr dazu sagt, zu dieser Art. Das ist jetzt kein Bildvideo, das ist jetzt ein, ich zeige euch mal ein Gameplay-Video. Und ja, viel Spaß euch. Okay, Warlock mit Sunbracer. Soll ich wirklich Endgame machen? Äh, ja, ist ein bisschen. Ja, ich muss die Beziehungsmuffel gehen, aber heute nicht. Ja, einen habe ich schon. Ich glaube, ich bin der zweite Kuss. Oh, ich muss nur spawnen. Ich glaube, wir müssen mehr weg. Das ist rechts. Ja, wir wollen einfach nur so hoch. Ja, anschließend wieder ein vierter Kuss runter. Das ist lang. Äh, ja, wir müssen jetzt schnell töten, weil wir brauchen den Trommeter. Was ist denn der? Der spawned jetzt erst. Wir wollen auf einen zu langsam. Ja, ich muss, wir machen den mit, weil ich schnall. Das genügt doch nicht, oder? Okay. Na, wie fast es ist so ein bisschen lustig. Aber wie gesagt, wenn ihr unsere Namen immer lesen, dann wisst ihr auch genau, wo's da los ist. Ich will da eigentlich auch nicht gecarried sein. Ich möchte schon einen Beitrag dazu leisten. Ich will doch gerne gleich in der, in der, ähm... Zweiten Phase... Ich will die Dings da machen. Wieder, so wie gerade. Okay, ja, willst du den Plotts aufgeben dafür, oder soll ich den erklären morgen? Ja, ist egal, er wird er raus. Ich müsste es auch wurscht, wenn ich ehrlich bin. Dann darfst du und Alex hat noch nicht checken. Okay, dann musst du erklären. Ich muss hier einfach, wenn du schon oben bist. Ich war nicht, aber ich ziehe nicht. Außer ich soll ziehen und wipen, was können wir machen. Weiß ich nicht, wirst du den tot haben, oder nein? Nicht wirklich, nein, oder so. Also, wenn du den tot haben, wirst du was geworden. Ja, ist egal. Von mir aus können wir ziehen, aber wir müssen jetzt auch nicht unbedingt wipen, also... Ich hab noch genug... So, das kann... ...spielst du in der Fall. Ja, ist ruhig. Okay. So, siehend schon. Dann, äh... Ich hab genug Heavy. Das Einzige, was ich kurz switchen müsste, wo ich aber eh leer bin, ist... Spring runter, spring runter, spring runter. Nein, nicht runterbringen, wenn du jetzt würdest, ist es schlecht. Sehr okay. Nein, nein, ist gut, wir können ruhig direkt loslegen. Okay. Wir müssen nur in den Schaden werfen, nur ist dunkel und heilig. Okay. Ich muss... ...dunkel? Okay. Ich kann's nehmen. Na, ich bin hier grad noch bei Hell. Na, ist gut. So, jetzt. Jetzt kann ich nehmen. Ja. Kannst du nehmen? Mhm. Ich nehme mal niemals Jahr auf, dass ich nehmen kann. Guck mal, mit jemandem piepst das. So. 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 So, irgendwie, ich traf die Gegner. Und hier und irgendwie auch nicht. Bums. Ich hasse diese Stückchen. Ich habe die Konzent. Ich habe die Konzent. Ich habe die Konzent. Ich habe die Konzent. Ja, das muss ich aber auch loben. Hallo, Kugel. Ach, wir sind euch im Hell. Ja, das war alles fertig. Das war ein bisschen Knob. Ich habe die Konzent. Ich habe die Konzent. Ich habe die Konzent. Ja, du kannst. Ja, du musst jetzt mal rüber. Okay. Okay. Ich habe kein Weißgeld. Und... Gott, ist das schlecht. So, du kommst. Nein, nein. Ich hab ja nicht mitgegeben. Boah, ich liebe es. Ja, ne, ist klar. Jetzt bin ich gleich wieder tot. Alles gut. Ja. Ja. Ich habe ich nicht mehr. Ich muss noch mal warten, bis es gelaufen ist. Ja. Da war es aber vorne gar nicht. Okay. Okay, Woti muss rüber. Du machst jetzt dunkel. Ja, alles gut. Ich gehe schon rüber. Okay. Du kannst dann auch bei mir weitermachen. Meinst du dunkel jetzt? Ja, mach dunkel weiter. Okay. Ich muss noch mal. Okay. Nice. Lief besser als gerade. Vorhin. Ja. Ich musste immer warm laufen. Ich kannte das halt vorher immer nur. Also zumindest, ich kannte die Methode auch. Aber ich habe es halt nicht gemacht. Ich habe halt immer das Normale gemacht. Du hast nur die Rentenmethode gemacht auf gut Deutsch. Genau. Okay. Ich habe nur noch 10 Dinger sehe ich gerade. Das ist so geil. Ja, ich liebe dieses Nice Game. Ja, ich habe auch verkackt. Ich bin schon im Flug. Ja. Ich sehe schon, dass sie wollen. Und gerade so canceln. Ja. Der zieht trotzdem du. Der zieht einfach trotzdem durch der Wall. Ich liebe es. Ja. 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 Tatsächlich immer wieder zuvor. Wenn ich ehrlich bin. Ich meine eher, dass das Game dann so ein bisschen stuckt in dem Moment. Aber ich glaube, das muss hier ausgehen. Knapp, aber jetzt geht es hier aus. Bisschen knapp. Nur ein bisschen. Äh, soll ich zurücker mir nicht hier, oder? Wirst du unten im Double Switch schmucken, oder soll ich? muss es dir lieber was denkst du wäre selber also wie gesagt unten schau wieder so okay spürst du wort oder sowas in der richtung ja dann bleib ich ja komm scheiße viel spaße magi ist das geniegt ja alles gut so laut ich hab ne Bonne mehr ich hab ne Bonne mehr ich hab ne Bonne mehr alles gut ich hab ne Bonne Und jetzt seid, ja, ihr seid auch ein Lamm-Motor, ihr könnt das sehen, was ihr seht. Ja, ich hab dich gemerkt, es ist ekelhaft mit uns. Sollte ich mir irgendwas das Bild wieder aufmachen? Was? Das Bild für die Zahlen. Äh, dann, was hast du rausgekommen, was hast du? Also bis 6 sind schon die richtigen, aber ich glaub, sie warst das nicht so konstant. Ja, also sonst hat man dann immer gesagt, so Boss, Tür, Eingang. Ne, ne, alles nicht. Auf keinen Fall, bitte mach Zahlen. Also, einfach nur 4, 5, 6, der Rest ist unten. Ich mach bei dir, ähm, den Champignon down. Ja, den Champignon. Ich find's immer impressed, also ziemlich krass, wie hoch geht der immer hoch fliegen über die Members. Ich hab fünf. Du hast vier? Ja. Oh ja, okay. Ich hab vielleicht grad ein bisschen mein Kuloss vergessen. Kannst du ganz kurz schnell die Kulosse machen? Ich hab den verwendet. Und ich muss mich nur behalten. Soll ich den nur anhütten oder killen? Ne, killen. Wir können's töten, wir können's töten. Nein, ich hab keine Grenade mehr gekauft und keine Sunbracer-Nakunft. Das war mein Problem. Oh, ohne Melee, nix los. Okay, passt. Oh, das ist sehr viel heavy auf jeden Fall für Nordia. Na ja, alles gut, ich mach gleich. Okay. Ich muss so ein Kuloss zu tun. Ich mach da, links. Äh, ja, dann mach ich da oben, bitte. Und Hall ist links gewesen. Ja. Oder rechts. Oder rechts. Okay. Oh, das wird knapp. Hm, der los hat. Hup, ich höre erst mal. Ja. Okay, mach ich hier. Boah, das wird knapp. Wie gerade. Das wäre sehr nett. Ja, aber ich nehme einen Abfall. Und jetzt wollen wir ihn dann weiter haben, oder? Schon, oder? Ja, aber wir dick machen. Ein dick einfach. Okay. Wo ist der da noch von da? Ja. Ja. 2, 2, 1, go. Jo, dann nehmen. 3, 2, 1, go. Ähm, ein neues Ball. Ja. Okay, du bist damaged, du bist damaged. Ich hoffe mal, dass du es hingeschmissen. Ne, das ist egal. Ja. Das ist ja voll. Ein Easy Schuss ging leider daneben. Das ist gute Damage, trotzdem. Ja, fast helfen. Ja, das ist egal. Ob du schon früher mit Damage anfängst, ist ja halt nicht egal. Wir können jetzt nur nicht gucken, sodass jeder sein Damage rausbekommt. Hm. Ja, okay, ja. Ich hab halt wegen der Damage aufgeteilt im Grunde auch. Ja, das ist egal. Also, so viel Damage krachtig, so mache ich jetzt. Ich hab 5. 6. Wo soll ich sein? 1. Okay. Sonst 5, ne? Aber da klappt. Hm? Brauchst du mit Battle? Ja. Ich fühlte ein bisschen heavy. Kann er hier mal rumliegen? Hat er krass drauf? Naja, ich seh's grad. Ich musste sehr früh rumliegen. Ich... Onkel Reifz. Das macht Onkel. Oh mein Gott, da geh ich sogar mal ein Ding vor. So, okay, die anderen zwei waren Höll, oder? Ja. Ja, dann mach ich mit den Höll. Und sie macht links. Mach ich links hin. Ja. Oh, Klos. Oh, Klos. Der lebt in Onkel, komm nicht vergessen. Ja, dann müsste ich sterben. Oh, Klos. Oh, Klos. Oh, Klos. Oh, Klos. Oh, Klos. Oh, Klos. Okay, ja, ich mach meinen ersten Bullen. Nicht mal. Alles gut. Ich glaub, der war zu früh, oder? Ich hab keine Scorches drinnen, deswegen... Keine Zeit, ne? Ja, hab ich vergessen. Dann hättest du sie von mir bekommen, wenn ich immer ich hab. 3, 2, 1, go. Nee, ich hab keine drauf auf mein Pult gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt, äh, Block-Motation verkacken. Ah, kein Prost. Sowieso. Jetzt, nach rechts. Ja. 2, 2, 1, go. So, ja, ist wohl sinnvoller, wenn auch du deine Scorches kriegst, weil ihr auch vergessen zum Wechsel mal bunt. Ich hab's halt nicht sowieso auch. Wieso? Digga, ist doch die Sorte davon. 3, 2, 1, go. Kann man denn sie wundervoll annehmen schossen? Nein! Das macht der nicht. Na, ich muss mal schon jetzt suchen zum Finischen und ich muss mal Spezische machen. Was du Speziers oder, 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 Olexa? Äh. Wollte es falsch? Okay, was sie noch? Finischen? Nene, ähm, unfair. Äh, nicht special. Okay, perfekt, bin der voll. Ich brauchte auch ein bisschen Heavy, ein bisschen Special oder sonst. Habt 3, 6. Bei mir ist mein Adnor gar nicht tot. Ja, wir müssen nur den Oranschen töten, der rennt irgendwo unten, der ist in der Luft. Jetzt ist er tot. Okay, was ist das 6 da drunter? All 6. Ich weiß 6, okay. Ja, ich hab 5. Ja, danke. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich hab's nicht gewonnen. Ich hab's nicht gewonnen. Leitmitte? Ähm, Leitmitte? Okay, ähm, welchen Dorf brauchst du? Ähm, gleich. Soll ich Leitmitte machen, ja? Ja. Da müssen wir ein bisschen Special sein. Da bin ich Special nicht. Der was ist Special, finde ich, die Schnauern. Ich hab ein Gefallen. Okay. Ich bräuchte noch ein, zwei Heavy Schüsse, aber sonst geht's. Ich glaube, ich kann es da nicht liegen. Aber hier nicht, glaube ich, nix machen. Wobei, hab ich genug rumlegen müsste eigentlich? Ich hab vorhin schon viel eingesammelt. Alles gut, ich mach's jetzt, die wollen wieder. Ach. Wir fangen links an. Ja. Drei, zwei, eins, go. Jetzt können wir eigentlich warten, ne? Naja, dann können wir auch noch nehmen, oder? So, ich hab sieben Heavy, also in jeden Fall nicht alleine geschlossen. Nö, ich weiß sechs Stück. So, alle etwa. Du warst gleich raus, aber... Ja, ich muss nicht sagen. Ernst! Weg mit ihm. Kannst du ein Negafall waren? Ja, das war... ...fast ein Two-Face. Fast. Ich würd' super gerne eigentlich jetzt den Damage sehen. Also, ich würd' mal denken vom Ranking her... ...jas, ich, dann du. So, wären wir ja da? Aber... Also, du hast ja auch das Video, aber ich mein' sie und ich haben das gleiche eigentlich. Der Damage ist relativ gleich so. Äh, Izanagi, äh... ...Druck von Saoli und Dingahe gespielt. Ja, aber ich hab' ja noch meine Ulti. Dann hast du ja dasselbe Spiel wie ich. Ich hab' ja auch Izanagi, Saoli und äh... ...Geracks. Ja. Oder wir haben am Ende einfach Oli drei das gleiche. Nächstes Jahr. Kann man mit sehr gut und sehr schnell. Wenn du dir nicht sicher bist, dass du triffst, werd' ich nicht Yassi spielen. Ich werd' nicht treffen. Dann spiel' nicht Yassi. 100% Ähm... Du kannst einfach irgendeine Fusion Rifle spielen, das ist von der Scheid. Schon, äh... Ich glaub' das spiel' ich unbarnherzig oder so. Soll' ich immer das so ist? Ja. Das Fusion. Das eine. Ich weiß nicht, welches das ist. Wo du schießt und schießt dann immer mehr Schaden und schießt immer schneller. Das Fusion, wo du schießt. Ja. Ne, Mersel. Tatsächlich. Merselis, ja. Die gute Merselis. Ich hab' den Cut immer noch nicht fertig. Bist. Was macht der eigentlich? Achso, nur Stats hoch. Mit dir gar nichts. Ähm... Soll' ich dann eigentlich, äh, Wu ziehen? Achso, oh ja. Ähm, das ist jetzt die Frage, wo ich soll... Eigentlich schon, oder? Ja. Magst du das nimm' mal? Ja. Also am sinnvollsten ist, wenn du Wut ziehst, weil du Hanta bist, dann muss ich sagen, was wir beiläuchten. Ja. Und nach circa drei Vibes weiter haben wir jetzt endlich den Buster mitgelegt in dem Try. Okay. Da ist nichts passiert. Ja, ist gut. Ich muss ja nicht, was du meinst. Scheiße, das Ding, man. Ich mach's niemals. Warte, man. Ich verkack so die ganze mit meiner Izanagi, man. Ich treff die Hälfte der Schotts nie gefühlt. Ja, genau. Deswegen spiel' ich lieber noch eine andere Waffe nebenbei. Ja, alles gut. Ich... Ich... ...hob jetzt, was wir wollen overall drin, weil... ...dann mach ich auf jeden Fall mehr, als wir mit meiner Izanagi gehauen. Hm. War ich eben doch so wie ein Idiot. Okay. Von mir aus können wir. Weil... ...person, wann hätt' ich mal gegen Trinchyli eigentlich gesehen, ne? Ich glaub, in dem Ende ist es noch schlimmer gewesen dann am Ende. Dunkel. Ja. Ich fand halt die Aussage cool vor ihm so... ...mhm, wie er so gesagt hat, so naja... ...das war ja nicht so schwer jetzt, wo man denkt so... ...okay. Ah, er ist schon interessanter, der Typ. Schon den ganzen Roller, oder? Ja, er ist ganz besonders cool. Das war das Gacki mit dem Rarity, Bro. Wo er so nix an der... ...ja, ich weiß nicht, wo ich spiel... ...ja, steht eine halbe Stunde ohne Granaten, da. Fand' ich gut. Doch, mach ja ein Racket. Boom. Toll, der Pup ist sogar noch hinten, Mann, ist ja nett. Da komm, da komm. Rechte Seite, da komm. Ah ja, Dunkel. Ah, ich war auf hell. Ich hab's auch noch selber gecallt, ey. Okay. Voll, ist gut. Ich glaub, ihr habt's doch... sie einfach so... ...ehr wiederholst. Einfach moll, nur moll. Wolltest du gerne reden mit uns. Die Erinnerung kommen. Okay. Der Klass hat sich gerade gerade raus. Bums. Ich glaub, ich geh gleich auf Akkus. Hab' ich besser übernimmt, Chance. So, verdammt. Tutschlich bei ihrem, ja. Weil ich bin mit Doktor hier übernimmt. Hier kann ich ja Tickle mitnehmen. Das wär eigentlich schlauer. So, jetzt rum. Jetzt wünsche ich gleich danach. Ne, jetzt wünsche ich nicht, weil wir schlafen gleich. Ne, ne, wie ich mein, bin ich jetzt hier nach, äh... Weil die Drill hier rausgegangen hat. Ja, ja, das möchte ich jetzt. Okay, hab richtig Bock an mich. Nicht an Admiral out schießen sollen. Okay, er hat doch schon mal gewonnen. Wie so'n Pro, Dinger. Was ist denn, Hankert? Was macht der? Wo ist der? Äh, äh, Messer wegsoffen. Hm, merk ich. Ja, Kicks ruhig in die andere Richtung. Da hab ich kein Problem mit. Ich glaub ja auch von Luno, ne? Ja, okay. So kann langsam. Da, ich... Da... Ich... Ich... Also, ich würde es eigentlich nicht aussprechen, weil es eigentlich peinlich ist, dass ich das jetzt gerade bin. Aber... Ähm... Ja, ich hätt' vielleicht ein Lunowall beachten sollen in dem Moment. Und hätt' vielleicht mit Rockets zuspringen sollen. Ich hab' nicht mehr vorgesehen, Chris. Komm, mach Schulter. Ja. Ja, aber ich kann's halt ausnutzen. Dunkel. Oh mein Gott, Dingerchen. Wie fast, ich hab's getötet, ja. Ich hab mit dem Rockett aus Versehen des Ding schossen. Ich hätte euch sterben müssen. Was war er denn? Äh... Ne, dunkel. Dunkel, dunkel. Ja. Was ich jetzt suche oder heult? Ich bin grad verwirrt. Er hat orange geleuchtet. Ich geh' immer davon aus, dass das dunkel ist. Ich vertraue euch doch, ja. Ich hab' irgendwie das Gefühl, dass wir sterben wird, das jetzt der Garten. Aber der Garten wird auch warm. Okay. Der war Quatsch-Spiegelkraftanwesen. Oder so ein Fall of Creed. Ich nehm' aber Bock auf Yu-Gi-Ohen, ey. Was setzen wir Yu-Gi-Pro mit der Garten oder so? Ich nehm' mal wieder Bock auf, aber irgendwie wohl das kann er spielen. Ich seh' nix mehr. Ich seh' nix mehr. Ich seh' nix mehr. Äh... Ich fliege. Ich fliege immer noch. Ja, jetzt dreh' dich... Komplett weg. Geil. Danke. Sowas liebe ich. Du musst die Schultern nicht machen. Also ich hab' noch... Ja, äh... Hab' ich Schulter getroffen? Ja, aber wir haben auch den nicht. Aber wir haben ja beide schon noch. Ja. 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 Ich hab' nichts. Ja, ich mach' nur ein A-Fertiges. Wie bist du denn nicht? Ja, ich hab' nichts. Ich hab' nichts. Ich hab' nichts. Du krieg'n muss... Nr. Ich geh' noch fast drauf. Na, der kommt jetzt. Was ist eigentlich? Nr. Nr. Der bleibt drüben stehen. Das ist nicht sein Ernst. Komm her. Ja, ich geh. Also, ja, ich bin jetzt auch da drüber gekommen. Du bist auch da. Oh, Mac. Gott. Ja, sorry. Das war jetzt kurz das Reaktion. Ich bin hier richtig schön stuck. Ja, irgendwie war's irgendwie doch gut, aber irgendwie kacke. Aber anscheinend genügt das. Ich hab' nur heavy für'n Lost Stand, ne? Ist gut. Ich hab' nur ein bisschen was. Ich hab' nur ein bisschen was. Ich hab' nur ein bisschen was. Das geht nicht, ne? Das geht nicht, ne? Der Verkettchen-Frogs ist auch gar nicht mehr. Das ist das nicht. Ja, ich hab' nur ein bisschen was. Ich überkomm' das leer. Das ist völlig besser so. Oh, da drüben liegt heavy. Ich muss noch ein bisschen meinen Ball drogen. Dunkel. Das flincht wieder alles. Das flincht wieder alles. Ja, ich habe ihn voll und voll viel Lost Stand. Ja, aber dann krieg' ich ja auch voll viel Lost Stand, ne? Ja, genau, da verschenge ich ja. Ja, hörst du doch. Ja, dann mach' das mal mit. Ich hab die eigene Crew nicht vergessen Okay, da ist genug Heavy jetzt in der Mitte Naja, wir haben wohl genug Heavy für Lust dann Ich bin am vorletzten Okay, bleib hängen, bleib hängen, bleib hängen, danke Naja, ich mach jetzt fertig Ja, ich krieg seine Album gerade nicht Ich glaub, die hast du eh schon noch Warte, der kommt hier da hoch Okay, ist aber got'n Schnull Alter Wenn die erste Tür ist, ist er noch dafür, dann ist er Okay Jetzt ist er mit Schnull, du Danke Er hat mich nach oben gekickt, ein Stück und dadurch ist mein Stab über ihn geflogen Ich liebe sowas Das ist gut Ja, ich wurde übrigens gecarried, danke Das ist gut Mir Lightpole, dann zur Damage-Laufe und dann Damage-Laufe für 25% wenn wir im Trio tut Oh mein Gott, da ist das Kack-Schwerbe in dem Trio-Laufe Das mach ich lieber Okay, so kannst ich nicht machen, aber Eik, Bro Sequel und ich Im Wa-